Musik 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 Hast du noch ne Wand Mario? Ja. Neben mir bitte Ach, ich soll doch keiner neben mir setzen, ne? Da sind drei Wände! DREI! Wenn ich die jetzt setze, regst du mich auf. Wetten, wetten. Reg mich auf, wenn du dich nicht setzt. Musik Film rum. Junge! Ich guck da hin! Und dann läuft er einfach vor meine Flinte. Oh mein Gott, ich bin so scared. Ich hab kein Liebes in meine... Ey! Wo du läufst zu hinten? Wo du läufst zu hinten? Mario, bitte nicht meine Flinte reinlaufen. Kommt das gleich an? Ist da noch ne Pfanne oder so? Keine Ahnung. Geh mal, er duckt jetzt. Dann vorbei. Genau, dann kommt einer. Oh nein! Er wäre fast in meine... Er wäre in meine Falle reingelaufen. Nein! Schade! Sade! Weil jemand so froh eigentlich. Hier vorne haben sie irgendeinen. Aufpassen, oben ist auch was offen, ne? Ich bin fast. Das war voll. Oh fuck! Nein! Der schlägt hier. Warte, warte, warte. Der rät direkt um die Ecke. Ja. Da ist die Cavera, ist die, ne? Wo ist der? Obert? Da wo Chris gerade ist. Direkt vor Chris. Da sind drei Leute. Einer oben ist ober mir. Einer ist da hinten. Und Cavera ist irgendwo rechts von mir. Genau. Clemore! ETF. Komm. Klavier, Klavier, bitte. Also nicht oben, sondern unten. Achso, oben hat er ja auch eine, ne? Cavera, der geht vor mir. Ähm. Noch was? Bei dir? Das wird nicht gut enden, aber egal. Ja. Macht mir die Arbeit so leichter. Vigil immer noch Klavier. Ich muss mal weg, ich muss hier weg. Ich muss irgendwie nach oben kommen. Vigil down. Warte. 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 Vorsicht. Warte. Irgendwo hin, ich halte dich. Naja, ich würde gerne... Also einer ist auf... Keine Ahnung, welche Bombe das ist, ne? Auf dem Eckraum. Auf dem Eckraum. Auf dem Eckraum. Konsoloffice auf jeden Fall. Bisschen, willst du deine Kämpfe fahren? Konsoloffice war letzte. Der war doch... Achso, ich dachte du wüsstest wo der ist. Ja, eben noch, aber meine Drohne wurde zerschossen. Wusste nicht, dass er noch dahinter war. Äh, nicht mehr dahinter war. Mach mich nicht fertig. Ich guck in der Ecke. Oh man, in den letzten drei, zwei Sekunden, ey. Holy shit. Mach mich nicht fertig. Ja, keiner schaut da auf. Baustelle. Knapp. Alter. Granade. Baustelle. Baustelle, Granade. Ja, ich komm hier nicht raus, ne? Ich bin jetzt gefangen hier. Blue. Alle sind Bunker. Ach, ne Granade. Ja. Nein, es erwischt. Noch... Nein! Noch gegenseitig, oder? Nee. Nee, es war ein anderer. Es waren zwei direkt linksonder. Jungs, ähm... Pssst, leise! So, links, links, links! Michi. Richtig gut gemacht. Michi, wir beide, machen sie fertig. Ich krieg irgendwie auch ein Herz. Da war das schon nicht vorbei. Super Aktion, Michi. Super Aktion. Ich hab erstmal wieder... Oben könnten die Trouble machen. Oben hier. Vielleicht ein bisschen Abstand, bitte. Südklub scheinen clear. Schild ist weg. Ja. Ich versuch erstmal oben zu clearn, Leute. Ich geh jetzt mit Boost rein. Bandit haben sie. Ah. Oben ist einer. Ich brauch Hilfe. Oben ist einer. Gewesen, gewesen. Pusche. Ach. Scheiße, Mann. Bandit ist in, äh, B. Ja. Bitte. Bitte. Ja gut. Ich dachte, die haben null Rückschuss, Alter. Ich war noch geboostet, ich war noch geboostet. Nein, nicht. Nein, weil der Riesel verletzt sich wirklich. Blow, blow, blow. Der Biff wieder. Monty, doch, und fängt. Scheiße. Ich bin noch Topbreaker. Hier hinten. Ey, Mario, ich hab das, Mario, ich hab das. Okay. Ja, der Diffusor ist, ja, ich hab Blick auf den Diffusor. Nein, er hat mich, er hat mich, er hat mich. Schön, sehr schön. Die Diffusor sind eigentlich noch Blue. Setz das Blue, glaub ich. Nein! Nein! Ich sieh, du Fixer! Sehr schön, Jürgen. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Filmreifer als Til Schweiger nachher. Sehr schön, Jürgen. Aber ich wusste es, bevor du runtergesprungen bist. Also von daher. Ah, Mann! Hartford Victory. Ich hab da zwei oben gepusht und ich war geellert, ne? Zum Glück war... Geellert? Zum Glück war der... Äh... Gesophiert, mein ich. Gesophiert. Gesophiert. Zum Glück war derjenige, der mich gepusht hat, auch gesophiert. Ah, der ist da. Nice. Äh, Chris, hier oben ist Frost. Fuck. Sie ist jetzt auf der... inneren Seite, auf der Seite ist sie. Fuck, wieso stand der im Weg, der Penner? Scheiß drauf. Ja, ich... Chris, hier auf der Treppe. Ja, ich kann aber grad nicht. Alter, was für ne rumgezuckelt. So, Chris, ich geh jetzt raus. Ich verlasse dich. Oh! Schuh entdeckt. Was ist die Kameras hier? Mario, hier ist einer. Oh! Wie gesagt. Klaus war für meinen Kill. Ich wollte eigentlich nur zu Pistolen kill holen. So, wo haben wir Frost? Warte doch mal hier. Äh, Frost, der kommt weg. Hier. Was bevorzugst du für Waffen? Welche, mit denen man da auspilen kann? Oder... Einzerschuss. Keine Ahnung. In der Fall. Ich hab' meinen Spein, aber ich... Ob der es schießt. Ich habe ihn gespottet. Ich habe ihn gespottet. Das war Mira. Ich habe ihn gespottet. Ich habe ihn gespottet. Ich habe ihn gespottet. Ich habe ihn gespottet. Hier wurdest du gespottet? Ja, gerade eben kurz. Ich weiß auch nicht, ob du das war. Hinter mir, hinter mir, hinter mir! Hätte die normale Außencamp sein können. Hätte. Ja. Ah, Treppe, Treppe, kleine Treppe hier. Leserraum direkt. Unten? Ja, Treppe, auf der Treppe, Mitte ungefähr. Ja, genau. Nice. Okay. Bin ich mit einverstanden? Ja. Ja, gern geschehen. Gut gemacht, Chris. Machen oben Fenster auf. Oben Fenster auf. Eine Falle von dir aus. Hab ich nicht gehört. Ähm, Red Sears. Wir haben dahinter der Fall gemacht. Und du bleibst hier, ne? Das Blitz! Was? Wesen! Was? 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 Ja, ja! Oh Gott, Red, an dem Fenster, oh, Dwayne direkt. Habt ihr ihn gesichert? Ich muss sagen, eigentlich mag ich ziemlich stark die Finca, das ist irgendwie mein Operator. Ja, Mario, ist noch nicht da? Nö, ich will auch nicht. Dauert eure Runde da? Das ist links, ne? Da? Mal ja da! Ich dachte schon, habt ihr ihn nicht gesehen? Ich hab... ich hab bloß über links... Aaaaahhhh, bloß oben, bloß oben. Ah, was war das? Was war das denn? Schönen Krampf! Ja, wir springen einfach dir hinterher, ne? Ja, ich hab die Schüsse gesehen, also er beendet halt irgendwo, ne? Und da hab ich die Schüsse so gesehen, von links, ne? Und dann guck ich da rein. Nee, da sagt, wo ist der denn, ne? Ja, der hat sich da hingelegt, ne? Guckst du auch nix? Ach, der da liegt ist das! Und ich hab's immer noch übernimmt. Ich mag Finke einfach. Ist das ne Pistole? Ja! Die geht zum Kopf! Ich pisste auf die Gegner! Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein! Äh, ja! Ach so, das! Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zauern! Ja! Die Achterwanne geht so ab! Ich tänze mit der Gänse! 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 Ähm! Du findest so keine Leistung zu sein! Ich glaub nicht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott!